Das ist der TS100 Lötkolben, klein, kompakt, aber mit mega viel Leistung. Die Stumpfversorgung erfolgt über einen 3 bis 6S LiPo Akku oder über ein Netzteil. Das Löten klappt hier immer perfekt und stellt ca. 340 Grad ein und kann so fast alles löten. Nicht vergessen die Lötspitze immer sauber zu halten. Die kleinen Lötstellen klappen perfekt. Bei größeren Lötstellen wie z.B. Akkumasse braucht man da schon mehr Temperatur, also muss ich auf 400 Grad einstellen. Das finde ich immer etwas störend, weil ich dann immer die Grad Einstellungen anpassen muss. Und genau dafür gibt es eine Lösung, die Turbo Boost Funktion, wenn man eine neue Firmware hier aufspielt. Hierzu wird der Lötkolben am PC angeschlossen. Dabei halte ich die A Taste gedrückt und stecke das USB Kabel ein. Am PC taucht ein neues Speichermedium auf. Im Internet findet man die Open Source Firmware von Raylim für den TS100 Lötkolben. Die Firmware ist auch mit dem baugleichen SQ001 Lötkolben kompatibel. Bei dem SQ001 ist sogar Zubehör dabei wie das XT60 Kabel und der Mini Standhalter mit Schwamm. Die TS100 Firmware gibt es in Deutsch und die Firmware Datei wird auf das Speichermedium kopiert. Sobald der TS100 die Firmware geladen hat, sieht man auf dem Speichermedium die Datei umbenannt in RDY. So ist die neue Firmware drauf und ich kann jetzt mit dem Modus Turbo Boost per Taste A schnell von 320 auf 420 Grad schalten. Und schon klappt das Löten von dicken Lötstellen. Nach dem Löten lasse ich die A Taste einfach los und schon geht der Lötkolben in den Normal Modus auf 320 Grad zurück. Ausserdem kann ich jetzt die Temperatur um 50 Grad höher stellen als bei der Originalfirmware bis auf 450 Grad. Drücke ich auf die B Taste dann komme ich in die Einstellungen. Dort kann ich die Stromversorgung von Netzteil auf eine Akku ändern zwischen 3 und 6 S. Ich nutze hier einen 6 S Akku und stelle es auf 6 S. So wird mein Akku vor Tiefentladung geschützt. Der Lötkolben geht dann automatisch aus, sobald weniger als 3,3 Volt je Zelle erreicht werden. Top Funktion die es bei der Originalfirmware auch nicht gab. Alle anderen Einstellungen erklären sich von selbst. Was ich noch gut finde bei dem TS100 ist das der nach 30 Sekunden in Schlafmodus geht. Und sich so das Gehäuse nicht unnötig aufheizt. Nimmt man den TS100 wieder in die Hand, dann geht er automatisch wieder auf die Löttemperatur, da innen ein Bewegungssensor eingebaut ist. Bei meinem TS100 war die dünne TSB2 Spitze dabei, die aber für alle Lötaufgaben vollkommen ausreicht. Trotzdem habe ich mir noch die dickere TSBC2 Spitze geholt, weil diese ein flaches Ende hat mit viel Lötfläche, wo man schneller die Lötstelle erhitzen kann. Also das ist der beste Lötkolben den ich kenne und ich nutze den überall ob zu Hause oder unterwegs auf der Wiese. Aber ich muss nicht hier. Unterintegralwächter wings. Okay. Und da habe ich eine ganze Zeit precision chil Smoke.